Heile Freunde! Reaction Time ist am Start. Das ist ein krasser Titel vom Kanal FIFA Deutschland. Mutter von GED2000 zieht R994. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er hat auch damals mal ein Weltrekordpack in einer seiner Videos genommen. Pato zieht CR7 und Messi Toti in einem Pack in eine 2 seltene Spielerpack. Das gab es, glaube ich, noch nie auf YouTube oder auf der Welt. Toti Ronaldo und Toti Messi in einem Pack zu sehen bekommt. Ich werde es hier auch, glaube ich, nochmal in dieses Video packen. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, das war ziemlich wild. 1, let's go. Komm, on. Komm, on. Shigi, du bist schuld. Noch ein Toti. Drei Toti hintereinander. Ne, 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 ne. Ich ziehe Cristiano Ronaldo Toti. Ich ziehe Cristiano Ronaldo Toti, Leute. Leute, ich ziehe Cristiano Ronaldo Tutti. Nein, Shige hat gezogen, Leute, nicht ich. Shige hat Cristiano Ronaldo Tutti gezogen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, gerade gesehen gleich Gänsehaut, Leute. Boah, dass ich dieser Mensch sein durfte, der so ein Pack oder dieses Pack ziehen durfte. Einfach geil. Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Und wenn ich gerade die Videobeschreibung erwähne, Leute, in den Streams werde ich sehr, sehr oft gefragt, was das für eine Beleuchtung ist. In der Videobeschreibung habe ich euch einen Rabattcode besorgt. Checkt das einfach aus, falls euch das interessiert. Ich glaube, das ist gegen Willi gewesen. Pain gegen Niklas. Nein, Fierer! Patrick! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. King Kong! Erre genommen. Da ist es gleich. Mittleres oder Prime-Icon-Pack? Bitte. Also du weißt jetzt mal, welche Flagge da vorne steht. Ist es in Europa? Ist nicht in Europa. Ich hoffe, sie schaunt. Es ist Brasilien. Macht sie, macht sie irgendeine, gibt sie eine Antwort? Es ist eine 9 vorne. Es ist ein Stürmer. Sie gibt keine Antwort, oder? Es ist ein Stürmer. St, St. Seht ihr St? Nein. Hat er über eine 94? Hat er nicht. Aber St ist es. Wie süss, wie ist sie bitte? Rasier! Er glaubt gar nichts. Wie geil! Oh mein Gott, ihr neun! Was? Was? Shit! Was? Nein! Nein! Oh mein Gott, ich liebe dich! Nein! Nein! Oh mein Gott! Aber, 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 bitte schaut auf die Mutter. Auch bei seiner Reaktion. Bitte schaut nur auf die Mutter. Was? 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 Oh mein Gott! Sie dreht sich die ganze Zeit so emotionslos hin und her. Sie ist so süß. Und wirklich J.D. GG zu Ronaldo. So geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich gönne sie ihn. Oh mein Gott! 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 Ich liebe dich! Oh mein Gott! Wie süß ist das? Nein! Oh mein Gott! Wie süß ist das Leute! Wie süß ist das Leute! Hoppala! E-Sportler? Ja! Oh! WTF! Ey Leute! Ich würde mir das am liebsten jetzt nochmal dreimal anschauen. Was war da? Ey! Da war ein Schatten? Was passiert da? Was passiert da? Leute! An welche Spieler müsst ihr da sofort denken? Ich weiß nicht warum. Ich hatte sofort C Roberto in meinem Kopf. Kim Pampe! What the hell? Eiken! 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 Brasilien! Ronaldo! Alberto! Capita Eiken! Capita Eiken! Capita Eiken! Capita Eiken! Capita Bra! What the hell? Wie viel kostet der? Ich gönn dir! Eile! Oh mein Gott! Ich würde das so ausrasten wenn ich sowas sehe oder... Mann ich raste jetzt aus! Oh mein Gott! Ich gönn dir! Gott sei Dank Bruder! Huch! Ich dachte schon, ich bin ein bisschen lauter machen! Ich hab nie Ecken vor, ne? Ich hab nie Ecken vor, ne? Viva Deutschland wenn du das siehst! Du musst deine Audio ein bisschen lauter machen! Und? Halt zum Maul! Was? Was? Wie soll das gehen? Wie geht das? Ja okay! Ja okay! Das habe ich schon mal gesehen! Aber das Tor davor! Bruder! Bruder! Da ist ja... Ein bisschen Server unten Bruder! Oho! Oho! Schenk ihn an! Es ist so eklig! Und das ist ein Eigentor! Ja! Es ist so eklig! Manchmal! Ich werde glaube ich so ausgerastet! Oh mein Gott! Ja es ist eh typisch! Immer bei den besten Spielen ist noch eine andere Nation dabei! Die man natürlich auch... die ganze Zeit zieht! Bestes Beispiel ist Cristiano Ronaldo! 95er Informer! Und wem ziehst du die ganze Zeit? Diesen Rui Patricio Torhüter! Schade! Schade! Ich habe nichts gesagt Leute! Ich habe nichts gesagt! Aber ich gönne es dir! Ich gönne es dir! Ich habe sogar nach unten gelenkt! Fabio! Wenn! Dann würde ich mir noch eingestehen wenn der Ball nach unten geht! Geh! Da bin ich echt! Der hat einfach den Torhüter connected so! Da dachte ich nicht! Der Torhüter steht rechts vom Torhüter! Dann schieße ich halt auf den Torhüter! Geh bitte! Krass! Na das... Ja echt! Das ist so ärgerlich! Ich meine Gott sei Dank! Der wird doch wahrscheinlich das Spiel gewonnen haben! Aber stell dir vor du bist im Rückstand! Was passiert jetzt? Otto Gaming! Ja gut! Das kann passieren! Man braucht nicht mehr dazu sagen! Geiles Tor! Leute! Das ist so ärgerlich! Da könnte ich ausrasten! Sogar beim Zuschauen! Jetzt komm! Wieder die Wacker Boys! England? Hä? Smalling! GG! Der ist echt stark! Jett spielt den jemand von euch? Ich kann... Der muss doch bockstark sein oder? Der Smalling! Der Scheppert! Seine Werte sind geil! FIFA 15 oder FIFA 16 war der krank! Der Scheppert! Der Scheppert! Ja das kann passieren aber Jett! Oh oh! Oh oh! Eli gefällt das nicht! Die Ball hat schön weitergeleitet! Das liegt an dem Rund an hier oben! Stille! Ah! 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 Der hat Garincha abgegeben! Also scheiße egal doch! Der gibt Raul ab! Scheiße! Deco aus dem Ican pack! Er gibt Garincha ab und noch Raul erzähl Deco! Das ist dann schon irgendwie ein bisschen Karma-Chat! Das ist das erste! Was zum fucking Fick-Junge! Wer hat dir in die Klöten getreten dass du diesen Ball nicht abholt hast? Nahahahaha! 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 Aua! Aua! Ich liebe diese Rages, ne? Weil da fallen Sachen, Leute! Kante! Spanien? Was ist das? Juri! Der ist gut! Oh mein Gott! Ich will nicht auslasten, weil sonst kommt mein Dad runter! Ich hab richtig Anschluss! 10 Wetter, dass jetzt noch was krasses kommt! Oh mein Gott! Ich bin der Peckler King! Das bist du nicht, Bruder! Ich bin der Peckler King, mein Freund! Alle jetzt Peckler King rein spammen! Ich bin Peckler King! Ich bin es! Was passiert jetzt? Schön gemacht! Und ich wette daneben, oder? Nein! Aber schön! GG! Oh oh! Aha! Das Spiel ist gut! Die Server sind gut! Kein Fall! Schon wieder! Ich würde schon wieder ragen am besten! Wenn ich er gewesen wäre! Hä? Was ist passiert, Leute? Warte! Welches Peck war das? Welches Peck ist das? Hä? Was war das für ein Peck? Was war das für ein Peck? Nicht so auf! Verteidigen kann er auch gut! Mit 87 Debs! Die anderen Werte sind auch ganz super für den Angriff! Spiel den einfach der Link auch gut! Außerdem fühlt es sich dann nicht so schlimm an den gezogen zu haben! Stimmt Busbus! 83 Pace! Gerade als Außenverteidiger eigentlich perfekt! Da brauchst du ja einfach keinen Pace um mit den 99 Pace-Spielern mitzuhalten! Ich bin absolut deiner Meinung, Pace! Und das ist ein echt geiles Video! Also, Mann! Ich schwöre, ich habe sogar Lachkämpfe gehabt! Feiere ich! Und wie gesagt, checkt FIFA Deutschland aus! Er macht echt coole Best-Offs oder gute Ausschnitte! Stream-Ausschnitte! Ja! Wenn euch die Reaktion gefallen hat, Daumen nach oben! Und nochmal, ich fand die Reaktion mit dem Ronaldo und der Mutter... Ich fand das so süß! Ich fand das echt so süß! Also, macht das gut, Leute! Ich werde heute sogar noch streamen! Wir sehen uns später hoffentlich! Kuss geht raus! Ciao, ciao!